Die Mitarbeiter sind diejenigen, die ein Unternehmen braucht, um erfolgreich zu sein. Und es ist wichtig, dass ein Unternehmen das erkennt. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst gesundheitsförderliche Strukturen und Prozesse, die dazu führen, dass der Mitarbeiter sich im Unternehmen gesundheitsförderlicher verhält. Es geht aber auch darum, die Führungskraft zu sensibilisieren bei der Entwicklung einer erfolgreichen Kommunikation mit den Mitarbeitern, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Weil die Mitarbeiter selbst wissen oft schon, was ihnen gut tut. BGM kann sehr simpel sein. Es kann schon durch verschiedene Strukturen, die man schafft, ein nachhaltiges System entwickelt werden, in dem Mitarbeiter die Möglichkeit haben, eben gesund zu bleiben. Das können verschiedenste Themen sein. Das kann im Bereich der Bewegung sein, im Bereich der Ernährung sein. Das kann aber auch etwas zum Thema Entspannung sein. Da schauen wir, was braucht das Unternehmen und welche Maßnahmen sind dort sinnvoll zu integrieren. Und dann schaut man über einen längeren Zeitraum, wie diese Maßnahmen angenommen werden. Was die Mitarbeiter da mitnehmen. Ob sich eine Veränderung der Kultur daraus ergibt. Also wie wollen wir miteinander arbeiten und wie wollen wir auch miteinander bei der Arbeit leben. Denn Mitarbeiter verbringen einfach sehr viel Zeit bei der Arbeit.